Hallo Ayo, ein wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Samtex Voki und einen Gruß an den Dominik an dieser Stelle. Ja, ich spiele Destiny. Das ist die zweite Anfangsmission zum Kennenlernen von den Games. Das ist die Mission Kluft. Die erste ist Durchbruch und es ist immer noch das Ziel, das Raumschiff zum Erreichen, um den Planeten zu verlassen. ja einfach den kollegen den kollegen hinterher ich spiele destiny auf der xbox 360 und ich habe es für die wonnen auch ich habe bei den konsolen ich hole mir meistens wenn es ein gutes spiel ist das geben dann zweimal einmal für die 360 einmal für die wonnen wozu ja es gibt dann weil der semtext wuki das profil auf beiden konsolen natürlich gleich ist und es zwei unabhängige konsolen sind gibt es auch zweimal erfolge ich spiele hauptsächlich eigentlich auf erfolge und jetzt werden sagen bringt jedoch nichts nein ist richtig mache ich auch eigentlich nur für mich und ja auf der 360 schaut es euch an viele werden es schon haben und schon zocken die grafik ist nur gut ist ich glaube dass wenn das wenn die anfangsmission mal vorbei sind und das raum schriftlich weg bringt auf den planeten auf die letzte für unterstattung werden und dass das spiel dann richtig losgeht dass das richtig gut da bin ich dann mal gespannt drauf noch mal warum ich zwei konsolen habe da ich ja wie gesagt haben auf folge spiele es bringt jetzt zwar nichts aber ja warum denn nicht ich meine das passt schon das ist ja ok so und die leute also ich meine freundes liste habe ich auch einige die was das genauso machen das ist schon okay noch mal zum game ja es schaut ganz gut aus und ziel ist das wie gesagt das raumschiff zu erreichen um den planeten zu verlassen und ihr seht ich bin unten kurz vor level zwei das heißt oben drüber ist mein leben ihr seht wie das leben eigentlich fast schon zur hälfte weg ist man regeneriert sich zwar ziemlich schnell und ja aber weswegen ich das sage das ist wie bei borderlands das sind die gegner eigentlich auch fast immer gleich gewesen das heißt wenn du level 1 war es dann waren die vielleicht zwei oder drei die schwierigkeit hängt dann von dem game ab wie hoch dein eigener rang ist jetzt werde ich nach gleich zwei oder bin schon zwei ich musste leider hier ein stück rausschneiden da waren video sequenzen drin und die dürfen ja nicht gezeigt werden und jetzt bin ich level 2 und dann sind die gegner auch schon härter das heißt man muss dann immer schon seinen charakter aufleveln oder bessern die fähigkeiten machen schauen nach anderen waffen und so weiter das macht das spiel interessant nicht jeder charakter kann dann wirklich gleich sein vom schwierigkeitsgrad wenn du damit ein freundin spielst das heißt da nicht wenn du fünf bist und dass der andere dann auch fünf ist dass beide dann gleich stark sind das hängt dann von den waffen ab welches sie benutzen bei borderlands war es so mit den ganzen elementarschäden und so weiter und da hängt das spiel ja aber nicht dass du trotz das macht das spiel interessant das macht das spiel gut also ich finde also da schmeißt du mit halo granaten um sich geht es eigentlich noch und ja das ist gut und wie oft hast du es wenn du games hast mit einer schwierigkeit stufe von anfang bis ende und dann nehmen wir jetzt was weiß ich sehe die ghost veteran oder m3 die ganzen bonus missionen mit dem flugzeug da wo du erinnert euch den präsidenten befreien musst und dann hast du die schwierigkeit stufe auf veteran und den erfolgten wegen da bist du eigentlich nur in deckung du hast du bist nur in deckung schaust das nicht getroffen wirst oder bei der kampagne spielten schädigkeitsgrad wo immer sehr die schwierigkeit stufe gleich ist aber auch du die gleichen waffen hast das ist einfach dann wenn man das jetzt mit destiny vergleicht ist das oder mit borderlands ist das ein anderer spielen das ist seine waffen werden auch besser die gegner werden zwar stärker aber dafür hast du auch unsere fähigkeiten das macht das ganze viel interessanter also ich finde das passt das passt perfekt das ist wie soll man sagen das ist nicht so von anfang bis ende immer gleich immer deckung suchen hoffen zu überleben vom kontrollpunkt zu kontrollpunkt hier kann sich dann noch bewegen wenn du dann noch waffen aufgebessert hast wenn mal ein paar level erreicht hast und dort fähigkeiten gemacht hat dann hängt das davon ab wie du deine fähigkeitspunkte eingesetzt hast welche waffen dabei hast ob das verbessert hast schon und so weiter das macht das interessant das ist schon nicht schlecht und ich hoffe dass freunde aus meiner liste sich das game auch holen dass man zusammenzocken kann wenn ich da überlegt wie lange und wie oft habe ich borderlands gespielt habe mir alles geholt spiele ich teilweise heute noch und ja das macht einfach ein heiden spaß wenn du da mit freunden spielen kannst und ich hoffe dass das da auch so ist jetzt ist der kollege gleich kaputt und dann geht es zum raumschiff ja ich werde weitere folgen hochladen ich wünsche euch trotzdem noch viel spaß haut rein euer wunderschönen